Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Rayman Origins. Ja, in der letzten Folge waren wir hier bei den tückischen Winden stehen geblieben und gehen jetzt weiter zu Schieß den Vogel ab. Darf ich hier Moskito Airline fliegen? Vielleicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht? Wir werden sehen. Ist hier vielleicht links irgendwas? Nein. Ja, seitdem hier, oh Moskito Airline, Moskito Airline, möchte ich haben. Möchte ich haben. Wird sicherlich wieder spaßig. Jawohl. Sauber. Yes, äh, jawohl. Sauber. Sauber, sauber. Haben wir da jetzt alles mitbekommen oder habe ich hier wieder was übersehen? Na klar, wie soll ich denn an die da oben rankommen? Ja. Nein, da habe ich einen nicht bekommen. Na klar. Dich kann ich natürlich wieder nicht töten. Ähm. Woll. Sauber. Da sind zwar jetzt wirklich ein paar durch den Lappen gegangen, aber, ja, man kann es nicht ändern. Jawohl. Ja, komm. Sauber. Ach, und das schon wieder. Eine unbeziefer Plauge. Eine unbeziefer Plauge. Äh, da hätte ich... Okay. Oh Mann. Ne, nicht nochmal alles von vorn. Oh, der ist gemein. So, erhöhen wir mal die Schussfrequenz. Jawohl. Schön wieder Doppelklumps einsammeln. Jawohl. Nein. Jawohl. Alles mitnehmen. Oh, wie soll man denn das machen? Geht definitiv viel zu schnell. Aber, solange ich meine 300 Lumps zusammenkriege, ist mir das eigentlich auch egal. Jawohl, die mitnehmen. Dann einmal hier kurz hoch. Den durchlassen. Jawohl, jawohl. Lass mich rein. Jawohl. Sauber. Alles wird abgeschossen. Alles wird mitgenommen. Eine schöne Fahrt. Oh. Der war jetzt mal fail. Da wäre noch mehr drinnen gewesen. So. Jawohl. Einmal hier durchschießen. Au. Und hier raus. Jawohl. Sauber. Meine Lumps. Meine Lumps. Und da haben wir wieder ein Herz. Das ist auch sehr praktisch. So. Ja, auf mit Feuer noch mit zu spucken. Nein, 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 nein. Nicht wegfliegen. Ach, bleibt doch da. Wieder so wenig bekommen. Jawohl. Moment, mal kann ich euch vielleicht. Ne, einsaugen kann ich euch nicht. Okay. Ein Versuch war es wert. Wow. Wow. Jawohl. Ein ziemlich großer Wurm. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Jawohl. Einmal den Vogel mitgenommen und ausgespuckt. War es das schon? Oh. Und wir haben unsere 300 Lumps zusammen. Sauber. Hallöche, meine Freunde. Ein kleines Abschiedsfoto zum Schluss. Und die Lumps werden gezählt. Wieder mal. Komm, zähl mal schneller. Das waren die 150. Und das gleiche bitte nochmal obendrauf. Jawohl. Sauber. Schönen, schön. Und weiter geht's. Wir bräuchten mal wieder so ein bisschen Party. Wäre doch was. Jetzt möchte ich mal schauen, ist ja nicht schon das Schatztruhen-Level verfügbar? Moment mal. Ähm. Ähm. Mal kurz nachsehen. Dacht's mir doch, hier ist doch was verfügbar, oder? Wollte ich das nicht sogar letzte Folge machen? Na, sieh mal einer an. Äh. Schattenspiele. Ein Schatztruhen-Level. Ich bin ja mal echt gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Äh. Und es ist auch noch, wir sind nur ein Schatten. Ähm. 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 Das kann ich doch schon mal vergessen. Ähm. Tja. So. Inwieweit kann ich denn da rüberspringen? Jawohl. Jawohl. Stacheln. Stacheln. Jawohl. Einmal hier drunter. Jawohl. Einmal hier drunter. Lauf, Rayman. Lauf. Jawohl. Au. Oh, wow. Diese kleinen Sprünge sind nicht ganz ohne. So. Einmal hier ein kleiner Sprung. Und hier ein kleiner. Nein. Kann ich schon vergessen. So. Und weiter geht's. Jawohl. Ein kleiner Sprung. Und ein großer. Ein kleiner. Ein kleiner. Ein kleiner. Ein kleiner. Jawohl. Und jetzt hier hoch. Und rüber. Sauber. Jetzt hier drüber. Jawohl. Einmal hier. Oh Gott. Der Sprung geht mir voll in die Hose. Aber so richtig. Ich bin immer gespannt, wie lange ich wieder für das Schatztruhen-Level brauche. Und vor allem, ich muss ja erst mal nachsehen. sehen, wie lange das überhaupt geht. Jawohl. Einmal hier rüber. Einmal hier hoch. Jawohl. Das war schon. Das war ja gar nicht so schwer. Was wirklich nur der eine Sprung, der mich jetzt so extrem aufgehalten hat. Was heißt so extrem aufgehalten hat. Wir haben das Level ja eigentlich ziemlich schnell abgeschlossen, ne? Sauber, sauber. So soll es sein. So, dann möchte ich einmal in den schnarchenden Baum und ihm hier seine Zahn geben. Hier, für dich. Ein neues Beißerchen. Und wir könnten auch mal wieder den Charakter wechseln. So, ein bisschen, wenn wir schon gerade mal hier sind. Äh, mit dir hätte ich gerne eine Runde gezockt. Oder? Was haben wir denn hier? Nö, nö. Oh, du gefällst mir noch. Mit rotem Stirnband. Dann einmal bitte zurück. Und wir gehen wieder nach oben. Und hier rüber in die grummelnde Grotte. Jawohl. Das Level geschafft. Das Level geschafft. Und weiter geht's mit Hochspannung. Denkt mal, hier werden wir ein bisschen unter Strom gesteuert. Ein wenig elektrisiert. Und wieder sehr musikalisch. Jawohl. Ähm. Jawohl. Sauber. So, jetzt, jetzt, jetzt. Und da oben ist doch sicherlich was. Ich denke es mir. So. Jawohl. Aber eine Münze. Hat mir doch so... Hat mir doch... Oh Gott. Heute wieder Sprachfehler. Hat schon so verdächtig ausgesehen. Die haben ja Stacheln. Wie komme ich denn hier hoch? Moment. Ähm. Wie wäre es denn ein... Und dich auch mitnehmen. Und... Und... Jawohl. Sauber. Und jetzt nochmal hier hoch. Denn ich weiß nicht, ob die Münze... Jawohl. Muss ich nochmal holen. War klar. Okay. Und jetzt... Ähm. Au. Hahaha. Ich muss schon drüber lachen. Roll. Sauber. Au. Oh Mann. So. Und das Ganze... Nochmal. Nein. 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 Jetzt. Sauber. Und wieder nach unten. So. Jetzt hier ein bisschen vorsichtiger sein. Kommt, drehen wir um. Oh Mann ey. Wieso kann ich ihm diese Dinger nicht töten? Jawohl. Ach Gott. Das hat... 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 Jawohl. Die Münze stellt ja nicht wirklich ein Problem da. Jawohl. Haben wir hier hoch. Warum? Ich wollte doch nur schweben. Lass mich doch schweben. Einmal, zweimal... So. Hier kurz warten. Jawohl. Sauber. Und hoch. Und wieder nach unten. Ich bin einmal gespannt, ob ich diese eine Stelle jetzt irgendwann schaffe. Ah. Nein. So. Jawohl. Der Rest ist mir da jetzt wirklich egal. So. Hier kann ich hoch. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Jawohl. Jawohl. Nein. Nein, 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 nein. Und hier hoch. Ähm. Nein? Okay, erstmal das Herz mitnehmen. Dann möchte ich hier nochmal hoch. Gibt's hier noch irgendwas? Oder hier oben? Nein. Wow. Ähm. So, was ist hier rechts? Hier ist doch irgendwas, oder? Einhalb mir. Es war ja klar. Oh. Schnell. Ich stehe unter Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck. Lass mich rein. Jawohl. Jawohl. Handbücher, meine kleinen Freunde. Ab in die Freiheit. So, und weiter geht's. Dann haben wir jetzt hier zumindest einen Safe Point. So, mal kurz schauen. Ist hier irgendwas drin? Nein. So, einmal hier rüber. Dann möchte ich die beiden Lums noch haben. Und die hier drüben möchte ich auch noch haben. So, einmal hier hoch, einmal hier rüber. Und, äh, Moment. Dann, oh, hier lang. Jawohl. Jawohl. Und da ist... Nein, nein, nein. Ah, Menno. So, hoch, hoch. Jawohl. Und jetzt hier rüber. Ähm. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nein. Sieht mir nichts aus. Und weiter geht's. So, hier links irgendwas? Nein. Sonst noch was drin? Nein. Jawohl. So, nochmal kurz zurück. So, hier kurz abwarten. Okay. Aber ich hab die Münze bekommen. Das ist das Wichtigste. Jawohl. So. Und jetzt hier wieder hin und her springen, ja? Nein, nein, nein. Oh, Menno. Das war jetzt gemein. Ich hätte gerne den Königlump gehabt. Aber man kann nicht alles haben. Geht nicht immer. Jawohl. Ähm, die hätte ich jetzt wahrscheinlich gebraucht, um da hochzukommen. Denke ich mir mal. Denn da oben ist irgendwas. Und da komme ich natürlich jetzt nicht mehr hin. Mh, weh, da oben war das halt mir. Äh, Moment. Nein, nein, nein. Oh, wow. So, einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Ähm, hier ist nichts. Okay. Aber hier ist was? Ein Haltmeh. Okay, dann war da oben kein Haltmeh. Uh. Jawohl. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Rondnotiz für mich. Von da unten kommt man nicht mehr hoch. Ähm. Ähm. Jawohl. Äh. Nein, nein, nein. Hier rüber. Jawohl. Nein. 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 Oh Mann. Hahaha. Und noch einmal. Warum nicht? Da habe ich doch glatt mein Herz verloren. Ähm. Jawohl. Nein. 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 Äh. Ärgerlich. Voll ärgerlich. So. Warum nicht? Gleich so. Jawohl. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Und einmal rüber schweben. Jawohl. Und wieder zurück. Ähm. So. Wow. Wow. Huh. War ja mal wieder ein kleiner Kraftakt. Und weiter geht's. Uh. Äh. Dürfte ich da vielleicht hoch? So. Jetzt aber. Ja. Du möchtest mich wohl ein bisschen ärgern. Jawohl. Oh. Kurz warten. Jetzt. Jetzt. Äh. Und hoch. Uh. Eine Münze. Auf. Da war mein Herz wieder weg. Und ab in die nächste Ebene. Jetzt fange ich hier auch schon wieder an mit nächster Ebene. Bin ich hier in Isaac oder wie? Uh. Langsam. 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 Moment. Äh. Wenn hier oben doch was ist, dann müsste doch hier eigentlich irgendwas sein, oder? Nö. Au. Au. Wie gemein. So. Das Herz hätte ich gerne. Aber was ich noch nachsehen könnte, ist hier oben was? Nein. Jawohl. Und, äh, einmal kurz warten. Jetzt und jetzt. Und drüber. Jawohl. Ähm, einmal hier rüber. Jawohl. Okay, ich könnte die zwei jetzt mit... Oh. Jetzt aber schnell. Au. Au. Oh Gott. Die Münze möchte ich haben. Diese Münze möchte ich definitiv haben. Wow. Na, komm. Au. Oh. Voll in den Abgrund gesprungen. Wow. Jawohl. Au. Wow. Na, 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 na. Und nochmal. Jawohl. Jawohl. So, einmal hier den mitnehmen. Hier rüber. Au. Äh. Ich möchte wieder hoch. Wieder hoch. So, hier rüber. Hier rüber. Und jetzt. Jawohl. Und einmal hier rüber. Und hier runter. Jawohl. Aber irgendwie fehlen mir doch noch ein paar Lumps. Ähm. Irgendwo habe ich hier definitiv was vergessen. ne? So. Einmal hier rüber. Au. Hahaha. Der war gut. Und noch einmal. So. Und jetzt warten. Würdest du mich bitte da nach oben lassen? Jawohl. So. So. Einmal hier drauf. Einmal hier drauf. Einmal hier. Ah. Der war knapp. Der war knapp. Und wir haben nur 271 Lumps gesammelt. Da ist uns doch ein bisschen was Größeres durch die Lappen gegangen. Hm. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Die letzten Level haben wir immer alle Elektrons bekommen. Und jetzt ist mal wieder so ein Level drin, wo ich mir denke. Hm. Muss das denn sein? So. Einmal bitte zurück zur Lichtung der Träume. So. Unsere Elektrons werden zu den anderen gezählt. Und ähm. Ja Leute. Ich werde hier eine kurze Aufnahmepause machen. Ich hoffe der Part hat euch soweit wieder gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Rayman Origins.